Hallo, ich bin Marvin, 27 und heute bei OC Hair Systems, um wieder volles Haar zu bekommen. Sei Teil meiner Transformation. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Das kann man nicht in Worte fassen. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein so positives Spiegel hatte, wenn ich da reingeguckt habe. Die Welt strahlt. Unglaublich. Diese Haar will auch jetzt so haben. Mein ganzes Gesicht hat andere Proportionen. Meine ganze Perspektive hat sich so geändert. Und als er dann geschnitten hat, wurde es noch besser und besser und besser und besser. Das ist weit über jede Erwartung hinaus. Am meisten, also ich möchte halt die ganzen Leute, die mir nahestehen, überraschen und ich muss mich jetzt richtig, richtig, richtig zurückhalten, keine Fotos draus zu schicken, weil diese Reaktion möchte ich auskosten. Das war, als er gerade auch reinkam. Dieses, wow, genau diesen Effekt möchte ich haben, den möchte ich wieder und wieder und wieder haben. Ich gehe zu jedem Einzelnen hin und verbiete auch jedem davon jemandem was zu erzählen. Das werde ich richtig auskosten, jedes einzelne Mal.